Mein lieber Herr Kapus, Sie sollen nicht ohne einen Gruß von mir sein, wenn es Weihnachten wird und wenn Sie inmitten des Festes Ihre Einsamkeit schwerer tragen als sonst. Aber wenn Sie dann merken, dass sie groß ist, so freuen Sie sich dessen. Denn was, so fragen Sie sich, wäre eine Einsamkeit, welche nicht Größe hätte? Es gibt nur eine Einsamkeit und die ist groß und ist nicht leicht zu tragen und es kommen fast allen die Stunden, da Sie sie gerne vertauschen möchten, gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit den nächstbesten, mit den unwürdigsten. Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst, denn ihr Wachsen ist schmerzhaft wie das Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Frühlinge. Aber das darf sie nicht irre machen. Was Not tut, ist doch nur dieses. Einsamkeit, große innere Einsamkeit, in sich gehen und stundenlang niemandem begegnen, das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftig aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff. Und wenn man eines Tages einsieht, dass ihre Beschäftigungen armselig, ihre Berufe erstarrt und mit dem Leben nicht mehr verbunden sind, warum dann nicht weiter wie ein Kind darauf hinsehen, als auf ein Fremdes, aus der Tiefe der eigenen Welt heraus, aus der Weite der eigenen Einsamkeit, die selber Arbeit ist und Rang und Beruf? Warum eines Kindes weises Nichtverstehen vertauschen wollen gegen Abwehr und Verachtung, dadurch Nichtverstehen, Alleinsein ist Abwehr und Verachtung, aber Teilnahme an dem, wovon man sich mit diesen Mitteln scheiden will? Denken Sie, lieber Herr, an die Welt, die Sie in sich tragen. Und nennen Sie dieses Denken, wie Sie wollen. Mag es Erinnerung an die eigene Kindheit sein oder Sehnsucht zur eigenen Zukunft hin. Nur seien Sie aufmerksam gegen das, was in Ihnen aufsteht und stellen Sie es über alles, was Sie um sich bemerken. Ihr innerstes Geschehen ist Ihrer ganzen Liebe wert. An ihm müssen Sie irgendwie arbeiten und nicht zu viel Zeit und zu viel Mut damit verlieren, Ihre Stellung zu den Menschen aufzuklären. Wer sagt Ihnen dann, dass Sie überhaupt eine haben? Ich weiß, Ihr Beruf ist hart und voll Widerspruch gegen Sie. Und ich sah Ihre Klage voraus und wusste, dass sie kommen würde. Nun sie gekommen ist, kann ich Sie nicht beruhigen. Ich kann Ihnen nur raten, zu überlegen, ob nicht alle Berufe so sind, voll von Ansprüchen, voll Feindschaft gegen den Einzelnen, vollgesogen gleichsam mit dem Hass derer, die sich stumm und mürrisch in die nüchterne Pflicht gefunden haben. Der Stand, in dem Sie jetzt leben müssen, ist nicht schwerer mit Konventionen, Vorurteilen und Irrtümern belastet als alle die anderen Stände. Und wenn es welche gibt, die eine größere Freiheit zur Schau tragen, so gibt es doch keinen, der in sich weit und geräumig und mit den großen Dingen, aus denen das wirkliche Leben besteht, in Beziehung ist. Nur der Einzelne, der einsam ist, wie ein Ding, unter die tiefen Gesetze gestellt. Und wenn einer hinausgeht in den Morgen, der anhebt oder hinaus in den Abend schaut, der Vollereignis ist und wenn er fühlt, was da geschieht, so fällt aller Stand von ihm ab, wie von einem Toten, obwohl er mitten im lauten Leben steht. Was Sie, lieber Herr Kapus, jetzt als Offizier erfahren müssen, Sie hätten es ähnlich in jedem der bestehenden Berufe gefühlt. Ja, sogar wenn Sie außerhalb jeder Stellung mit der Gesellschaft alleine leichte und selbstständige Berührung gesucht hätten, würde Ihnen dieses beengende Gefühl nicht erspart geblieben sein. Es ist überall so, aber das ist kein Grund zur Angst oder Traurigkeit, wenn keine Gemeinsamkeit zwischen den Menschen ist und Ihnen versuchen Sie es, den Dingen nahe zu sein, die Sie nicht verlassen werden. Noch sind die Nächte da und die Winde, die durch die Bäume gehen und über viele Länder. Noch ist unter den Dingen und bei den Tieren alles voll geschehen, daran sie teilnehmen dürfen. Und die Kinder sind noch so, wie sie gewesen sind als Kind, so traurig und glücklich. Und wenn sie an ihre Kindheit denken, dann leben sie wieder unter ihnen. Unter den einsamen Kindern und die Erwachsenen sind nichts und ihre Würde hat keinen Wert. Und wenn es ihnen bang und quälend ist, an die Kindheit zu denken und an das Einfache und Stille, das mit ihr zusammenhängt, weil sie an Gott nicht mehr glauben können, ist es nicht vielmehr so, dass sie ihn noch nie besessen haben? Denn wann sollte das gewesen sein? Glauben sie, ein Kind kann ihn halten, ihn, den Männer nur mit Mühe tragen und dessen Gewicht die Kreise zusammendrückt? Glauben sie, es könnte, wer ihn wirklich hat, ihn verlieren wie einen kleinen Stein? Oder meinen sie nicht auch, wer ihn hätte, könnte nur noch von ihm verloren werden? Wenn sie aber erkennen, dass er in ihrer Kindheit nicht war und nicht vorher, wenn sie ahnen, dass Christus getäuscht worden ist von seiner Sehnsucht und Mohammed betrogen von seinem Stolze. Und wenn sie mit Schrecken fühlen, dass er auch jetzt nicht ist, in dieser Stunde, da wir von ihm reden, was berechtigt ihn dann, ihn, welcher niemals war, wie einen Vergangenen zu vermissen und zu suchen, als ob er verloren wäre? Warum denken sie nicht, dass er der Kommende ist, der von Ewigkeit her bevorsteht, der zukünftige, die endliche Frucht eines Baumes, dessen Blätter wir sind? Was hält sie ab, seine Geburt hinauszuwerfen in die werdenden Zeiten und ihr Leben so zu leben, wie einen schmerzhaften und schönen Tag in der Geschichte einer großen Schwangerschaft? Sehen sie denn nicht, wie alles, was geschieht, immer wieder Anfang ist? Und könnte es nicht sein Anfang sein, da doch Beginn an sich immer so schön ist? Wenn er der Vollkommenste ist, muss nicht Geringes vor ihm sein, damit er sich auswählen kann aus Fülle und Überfluss? Muss nicht er der Letzte sein, um alles in sich zu umfassen? Und welchen Sinn hätten wir, wenn der, nach dem wir verlangen, schon gewesen wäre? Wie die Bienen den Honig zusammentragen, so holen wir das Süßeste aus allem und bauen ihn, mit dem Geringen sogar, mit dem Unscheinbaren, wenn es nur aus Liebe geschieht, fangen wir an mit der Arbeit und mit dem Ruhen hernach. Mit einem Schweigen, mit einer kleinen, einsamen Freude, mit allem, was wir allein, ohne Teilnehmer und Anhänger tun, beginnen wir ihn, den wir nicht erleben werden, so wenig unsere Vorfahren uns erleben konnten. Und doch sind diese lange Vergangenen in uns, als Anlage, als Last auf unserem Schicksal, als Blut, das rauscht und als Gebärde, die aufsteigt aus den Tiefen der Zeit. Gibt es etwas, was ihnen die Hoffnung nehmen kann, so einstens in ihm, in dem fernsten Äußersten zu sein? Feiern Sie, lieber Herr Kapus, Weihnachten in diesem frommen Gefühl, dass er vielleicht gerade diese Lebensangst von ihnen braucht, um zu beginnen. Gerade diese Tage ihres Überganges sind vielleicht die Zeit, da alles in ihnen an ihm arbeitet, wie Sie schon einmal als Kind atemlos an ihm gearbeitet haben. Seien Sie geduldig und ohne Unwillen und denken Sie, das Wenigste, was wir tun können, ist, ihm das Werden nicht schwerer zu machen, als die Erde es dem Frühling macht, wenn er kommen will. Und seien Sie froh und getrost. Ihr Rainer Maria Rilke